Oracle Crystal Ball ist ein hervorragendes und benutzerfreundliches Tool zum Erstellen von stochastischen Modellen in Excel. Ein Nachteil von Excel ist, dass es stets einzelne Ergebnisse oder Szenarien liefert. Anspruchsvollere Modelle können auch ein Worst Case und ein Best Case Szenario enthalten. Aber hier hört es auf. Das Modell verwendet Einzelpunktschätzungen für Eingaben. Wir wissen, dass diese Eingangsvariablen variieren können. Sie besitzen eine Unsicherheit. Im wirklichen Leben verfügen wir nicht über harte Zahlen, sondern liefern Schätzungen und Bereiche. Beim probabilistischen Modellierungsansatz generiert eine Monte Carlo Simulation tausende von Szenarien anstelle von nur einem. Außerdem ermöglicht Crystal Ball die Modellierung jeder Eingabevariablen mit einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Auf diese Weise können wir Bereiche definieren und die Unsicherheit um die Eingaben berücksichtigen. Wir werden uns ein Beispiel aus den Bereichen Finanzen und Bankwesen ansehen. Finanzinstitute halten Kreditrisikovorsorge als Puffer gegen zukünftige Verluste. Die Risikovorsorge sollte den erwarteten Verlusten mit einem Einjahreshorizont entsprechen. Die Berechnung ist unkompliziert. Es ist eine Multiplikation von drei Elementen. 1. Förderungshöhe bei Ausfall oder Exposure at Default EAD. Dies ist der Betrag, der aussteht, wenn der Ausfall auftritt. 2. Die Ausfallwahrscheinlichkeit oder Probability of Default PD ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Client in Zahlungsverzug gerät. 3. Die Verlustrate bei Ausfall oder Loss-Given-Default ist der tatsächliche Verlustprozentsatz, sobald ein Ausfall auftritt. Durch Sicherheiten und Garantien kann das Finanzinstitut einen Teil des Verlusts wiedergutmachen. Erwartete Verluste ist gleich Forderungshöhe bei Ausfall mal Ausfallwahrscheinlichkeit mal Verlustrate bei Ausfall. Oder in Akronymen. EL ist gleich EAD mal PD mal LGD. Schauen wir uns ein Excel-Beispiel an. Wir sehen, dass wir für ein Kreditportfolio von 5500 einen Kapitalpuffer von 25 benötigen. Die PD- und LGD-Eingabe-Parameter stammen möglicherweise aus einer statistischen Analyse unseres historischen Kreditportfolios. Wir wissen, dass diese Inputs im Laufe der Zeit variieren können. Und dass wir diese Unsicherheit in unsere Prognose für erwartete Verluste einbeziehen sollten. Es ist üblich, die Ausfallwahrscheinlichkeit als Log-Normalverteilung zu modellieren. Die PD kann nicht negativ sein und hat einen langen rechten Schwanz. Unter widrigen Bedingungen können hohe Verluste auftreten. Crystal Ball enthält eine Bibliothek mit Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Wir wählen die Log-Normalverteilung. Wir können die Log-Normalverteilung mit einem Minimum, dem Mittelwert und der Standardabweichung definieren. Wie gesagt, unsere historischen Daten liefern den Mittelwert und die Standardabweichung. Nun gehen wir zur Forderungshöhe bei Ausfall über. Modellierer verwenden häufig die Beta-Verteilung für diese Variable. Nehmen wir an, das Finanzinstitut lässt seine Branchenspezialisten die LGDs schätzen. Crystal Ball hat einen speziellen Fall der Beta-Distribution, der diese Aufgabe erleichtert. Die Beta-Pert-Verteilung erfordert nur ein Minimum, den wahrscheinlichsten Wert oder Modus und das Maximum. Aufgrund der Art der LGD beträgt das Minimum 0% und das Maximum 100%. Wir müssen also nur den wahrscheinlichsten Wert schätzen, um diese Verteilung zu definieren. In statistischen Begriffen ist der Modus der wahrscheinlichste Wert. Mit Crystal Ball können wir die Verteilungsdefinitionen kopieren. Wenn wir unsere Tabelle klar und transparent einrichten, können wir alle Eingabeparameter unseres Modells verwalten. Sie sehen, dass unsere Tabelle all diese Eingaben enthält. In grün sehen Sie die Eingangsvariablen für unser Crystal Ball Modell. Jetzt müssen wir die Ausgabe definieren. Wir haben dieses Modell erstellt, um die erwarteten Verluste zu berechnen. Die erwartete Verluste oder Expected Losses EL sind also unser Output. Die erwarteten Verluste hängen von den Eingangsvariablen ab. Wenn sich diese Eingänge ändern, ändert sich auch der Ausgang. Die Crystal Ball Simulation generiert Zufallswerte für die Eingangsvariablen. Zufällig, aber abhängig von den Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die zur Modellierung dieser Eingaben verknüpft sind. In jedem Simulationsversuch wählt Crystal Ball anhand dieser Verteilungen zufällige Werte aus. Wenn sich die Eingänge ändern, ändert sich auch der Ausgang. Da wir nicht nur ein Szenario testen, sondern beispielsweise 10.000 Versuche durchführen, erhalten wir auch tausende Ergebnisse. Es ist, als könnte unser Finanzinstitut sein Leben tausendmal leben. Wir setzen die Ergebnisse in ein Histogramm. Wenn wir uns die Grafik ansehen, bemerken wir drei Dinge. 1. Die Ergebnisse sind über einen weiten Bereich verteilt, was auf ein hohes Risiko hinweist. 2. Die Grafik hat einen langen Schwanz, was darauf hinweist, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit für extreme Verluste besteht. 3. Der Kapitalpuffer für Kreditverluste von 25 deckt weniger als die Hälfte der Grafik ab. Es besteht ein höheres Risiko als unser Excel-Modell vermuten lässt. Die statistischen Simulationsdaten bestätigen diese Ansicht. Der Mittelwert unserer Simulationsdaten liegt mit 29,54 über den erwarteten Verlusten von 25, die wir in Excel berechnet haben. Unser Finanzinstitut verfügt also über eine Risikovorsorge von 25 und ein Economic Capital von 33,65. Es besteht viel Risiko. Darüber hinaus sehen wir erhöhte Werte für Schiefe und Kurtosis, die Vorboten extremer Ereignisse sind. In der Regel suchen Finanzinstitute Schutz bis zu einem gewissen Maß an Sicherheit. Zum Beispiel 95 Prozent. Dies bedeutet, dass wir in 95 von 100 Szenarien genügend Kapital benötigen, um die Institution zu schützen. Dies entspricht 95 Prozent der Oberfläche des Diagramms. Wir sehen, dass der gesamte Kapitalpuffer zum Erreichen der 95 Prozent Marke 58,65 beträgt. Von diesen 58,65 haben wir bereits 25 in unserer Risikovorsorge abgedeckt. Unsere Institution würde daher 33,65 zusätzliches Kapital benötigen. 58,65 minus 25 ist gleich 33,65. Wir nennen diesen zusätzlichen Kapitalpuffer, um das gewünschte Sicherheitsniveau zu erreichen, den ökonomischen Eigenkapitalbedarf oder Economic Capital. Unser Finanzinstitut verfügt also über 25 Risikovorsorge und 33,65 Economic Capital. Mit diesen Puffern ist es in 95 von 100 Jahren gut geschützt. Wir schließen daraus, dass unser Monte Carlo Modellierungsansatz im Vergleich zu unserem Excel-Modell überlegene Einblicke bietet. Die Vorteile sind 1. Die Mitte der Verteilung befindet sich möglicherweise an einem unerwarteten Ort. Wir haben festgestellt, dass die ursprüngliche Berechnung der erwarteten Verluste nicht 50 Prozent des Diagramms abdeckt. 2. Wir sehen die Standardabweichung, Schiefe und Kurtosis und können das Risiko messen. 3. Wir können entscheiden, welche Kapitalpuffer für ein bestimmtes Schutzniveau benötigt werden. Danke fürs Zuschauen und viel Erfolg!